Herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer. Geheimnisvolle Geschichte. Ihr seht es wieder. Einer meiner liebsten und treuesten Gäste ist hier. Marcel Polte. Hi Marcel, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi Charles, danke dir für die Einladung. Ja, wir wollen uns heute unterhalten, natürlich wieder über ein schwieriges Thema, denn du erforscht praktisch hauptberuflich fast nur schwierige Themen, wenn man so will. Und zwar über das Thema eigentlich deines neuen Buches. Ja, Marcel hat ein neues Buch rausgebracht und das ist das hier. Marcel, magst du mal erklären, wie heißt das Buch, worum geht's? Ja, es heißt Uncle Sam's. Uncle Sam's ist eine Abkürzung eines Namens, einer ironischen Bezeichnung, nämlich Uncle Sam's Snuff Factory, welche die Täter einem Ort geben, wo ja sehr grausame Dinge passieren. Das ist eine unterirdische Militäranlage, in der MK-Ultra betrieben wird, in der aber vor allem auch Snuff-Filmproduktionen im großen Ausmaß stattfinden und andere Dinge, Kannibalismus etc. Da kann ich dann noch näher drauf eingehen. Und über diese Anlage berichtet eine Überlebende dieses MK-Ultra-Programms, die in einer satanischen Familie aufgewachsen ist bzw. dort hineingeboren wurde und damit aber auch in das MK-Ultra-Programm hineingeboren wurde. Genauso wie ihre beiden Eltern, sowohl die Mutter als auch der Vater, eben auch schon in satanische Familien hineingeboren worden sind und entweder auch schon gleich in das MK-Ultra-Programm kamen, der CIA, dieses Mind-Control-Programm, über das wir schon gesprochen haben, oder zumindest in jungen Alter dort zugeführt worden sind. Weswegen ich hier das Buch nach diesem Namen dieser unterirdischen Anlage benenne und weswegen ich davon ausgehen kann, dass es diese Anlage tatsächlich gibt und diese Überlebende glaubwürdig ist, werden wir im Einzelnen dann noch besprechen. Ich war auch auf die Überlebende namens Katie Groves schon in meinem Buch Dunkle-Neue-Welt-Ordnung Teil 1 eingegangen. In gewisser Weise bildet dieser Teil 1 die Basis für das, was in diesem Buch Uncle Sam's jetzt steht. Allerdings habe ich am Anfang auch nochmal zusammengefasst, was so die wesentlichen Erkenntnisse waren meiner Recherchen und dem, was in Dunkle-Neue-Welt-Ordnung Teil 1 steht über rituelle Gewalt und MK-Ultra, um sozusagen den Leser abzuholen, der jetzt auch das Buch nicht gelesen hat oder auch unsere Interviews nicht gesehen hat, damit er das Ganze einordnen kann. In diesem Buch hatte ich auf wenigen Seiten, drei, vier Seiten, die Erfahrungen von Katie Groves beschrieben und im Nachgang aber auch gemerkt, dass ich damit quasi nicht dem gerecht wurde, was Katie Groves zu berichten hat. Und zwar hat sie etwa 200 Videos auf einem YouTube-Kanal produziert, nachdem sie sich von den Tätern ein Stück weit lösen konnte und die Freiheit hatte, solche Videos hochzuladen, wo es dann um ihre Erfahrungen ging in dieser Familie, wie sie dort aufgewachsen ist, wie sie in diese Untergrundanlage gebracht wurde, was sie dort erlebt hat, aber auch um ihren Heilungsweg, um auch Techniken der Deprogrammierung. Warum kann sie darüber berichten? Weil sie eben, das muss man dazu sagen, äußerst intelligent ist. Ihr wurde gesagt von den Tätern, dass sie im Alter von acht Jahren bei ihr eine IQ von 187 festgestellt wurde. Über 160, 180 ist sehr, sehr selten. Das heißt, sie ist extrem intelligent. Das war auch die Voraussetzung dafür, dass sie in Programme aufgenommen wurde, in die nur Opfer quasi aufgenommen werden, die über diese außergewöhnliche Intelligenz verfügen und auch ein besonderes mathematisch-analytisches Verständnis. Da gehen wir aber noch mal näher drauf ein, um was da geht. Wichtig nur an der Stelle, sie wurde also auch ausgebildet. Sie war nicht nur Opfer, sie wurde auch, wie alle Opfer, zum Täter quasi konditioniert und dabei ausgebildet zu einer Programmiererin. Sie sollte diese Position einer Chefprogrammiererin von ihrem Vater übernehmen, der selber Programmierer ist und sollte aber auch ein sogenanntes Snuff-Queen werden. Das heißt, bei diesen Snuff-Filmproduktionen, wo Kinder missbraucht und getötet werden, dann eine wichtige Rolle spielen. Und so kommt das, dass sie halt besondere Einsichten hat, auch in Programmierungstechniken. Und über vieles berichten kann, über was andere bislang nicht berichten können. Und im Buch zeige ich es ja im Einzelnen auf. Anhand von anderen Quellen, also anderen Überlebenden oder Forschungen von anderen Personen auf dem Gebiet, lassen sich viele Parallelen ziehen und vieles untermauern von dem, was sie sagt. Oder sie liefert sogar ergänzende Informationen, die Dinge erklären können, die vorher so noch nicht bekannt waren oder nicht erklärt werden konnten. Ja, Marcel, vielen Dank für diese ausführliche Einleitung. Bevor wir jetzt so richtig in dieses Thema einsteigen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen an die Zuschauer gerichtet, was Allgemeines sagen, bezüglich der Zusammenarbeit zwischen mir und Marcel und wie das so kommt, dass wir regelmäßig Videos zusammen machen. Der Anlass ist der, dass ich für unsere Zusammenarbeit häufig viel Kritik ernte. Viele Klickzahlen, viele schauen sich das an, lieben die Videos, aber ich kriege auch viel Gegenwind. Aus zwei Lagern. Es gibt ein Lager, was dich und deine Arbeit kategorisch ablehnt, was dich als Verschwörungstheoretiker, Vollspinner, Geisteskrank, ich weiß nicht was, alles betitelt und mir den Vorwurf macht, warum sprichst du mit so jemandem? Der ist ja ganz schrecklich und dann musst du ja auch irgendwie völlig bekloppt sein. Und dann gibt es ein anderes Lager, die aus meiner Sicht ein bisschen zu extrem vielleicht in der Aufklärungsarbeit sich damit identifizieren und mir dann oft auch zum Vorwurf gemacht haben, wie kannst du den Marcel bei diesen Themen hinterfragen oder da Sachen anders sehen oder Charles verharmlost Dinge. Und da habe ich mich dann manches Mal irgendwie gefragt, ja wie kommt das denn so zustande, diese Lagerbildung? Denn was uns verbindet, mich und Marcel, ist eine Sympathie. Wir mögen uns, wir arbeiten gern zusammen, wir mögen unseren Austausch. Und was uns gar nicht verbindet, ist der Zwang immer einer Meinung zu sein, sondern wir haben Lust eigentlich zu diskutieren, neue Sichtweisen zuzulassen. Marcel ist jemand, der niemals, denke ich, im Mainstream gezeigt werden würde. Und insofern finde ich es ganz wichtig, in den alternativen Medien für Marcels Forschung einen Raum zu schaffen, wo er die präsentieren kann, in meinem Fall jetzt auf meinem Kanal. Ich selber sehe viele Dinge anders und auch skeptisch und das tut aber unserer Freundschaft keinen Abbruch. Und ich glaube, Marcel, du schätzt es ja auch, mit jemandem zu sprechen, der Dinge hinterfragt, weil es dir auch die Möglichkeit gibt, dann eben detailliert darauf einzugehen. Das bringt eher weniger, einen Interviewpartner zu haben, der immer nur Ja und Amen sagt. Und das wollte ich einfach mal so als Botschaft nach draußen geben, weil ich das Gefühl hatte, da ist eine gewisse Disballons entstanden. Also was wir machen, ist ein freundschaftliches Tischgespräch via Zoom, wo wir uns austauschen. Vor allem jetzt Marcel in der Rolle des Experten, der ein Buch geschrieben hat, seine Dinge präsentiert. Und für euch, liebe Zuschauer, soll es eine Inspiration und Anregung sein, selbst zu denken, selbst zu forschen und euch selber eine Meinung zu bilden. Was wir aber nicht machen, ist hier guruartig Weltbilder verbreiten. Ja, absolut sehe ich auch so. Gerade das kritische Hinterfragen ist ja bei den Themen, mit denen ich mich hier beschäftige, vor allem rituelle Gewalt im K-Ultra, sehr wichtig, weil das sehr, sehr weit von unserem anerkannten Weltbild entfernt ist. Und vor allem aber auch natürlich auch Desinformationen verbreitet werden. Das heißt, bestimmte Dinge, die man da hört, die mögen tatsächlich dann auch falsch sein. Ich versuche natürlich, Desinformationen da auszusieben. Und gerade jetzt in diesem neuen Buch kann man es eigentlich sehr schön sehen, dass man eben doch bestimmte Dinge durch gerade Detailarbeit mit seriösen Quellen dann weitestgehend belegen kann. Das heißt, wenn ich Aussagen habe von mehreren Überlebenden, die ich als seriös einschätze, oder von Therapeuten, die mit Überlebenden arbeiten, zu einem ganz bestimmten Detail dieses ganzen Phänomens, vielleicht auch Aussagen, die es vorher so noch nicht gab und die stimmen auf einmal überein, dann erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da was dran ist, die Glaubwürdigkeit der Betroffenen. Und das ist mir wichtig. Und das lässt sich aber, muss man auch sagen, in so einem Gespräch schwer abbilden. Da ist immer das Buch überlegen als Medium, weil man beim Buch eben mit Fußnoten und direkten Quellen arbeiten kann und auch gar nicht das ganze Wissen parat hat, was man da detailliert über viele Monate erarbeitet hat. Ich will mal gerade ein Beispiel nennen. Wir hatten ja auch schon über Chantal Frey, meine ich, kurz gesprochen, die Schweizer Überlebende, die auch ein Buch geschrieben hat, Ich rede, und dort auch sehr weitgehende Dinge behauptet, auch über bestimmte Personen, die da in diese Taten verwickelt sind, wobei sie im Buch die Namen nicht nennen, sondern die später offengelegt hat. Und in ihrem Buch gibt es eine kleine Passage, wo sie drüber spricht, dass eben auch die Kinder missbraucht werden, nicht nur für Pornografie, sondern eben auch mit Tieren zusammen. Das ist was, was man immer wieder hört in dem Bereich, dass Kinder für pornografische Aufnahmen da mit Tieren missbraucht werden. Und jetzt ist es bei ihr so, dass in dem Kontext, sie erwähnt, dass das in dem Chateau Amaroa stattgefunden hat, in Belgien, wo sie mehrmals war und sie dort beispielsweise auch ein Zebra gesehen hätte. Jetzt ist natürlich ein Zebra eine sehr spezielle Gattung, die man vielleicht da jetzt nicht erwarten würde, dass einer jetzt über Zebra spricht. Und gerade Katie Groves, über die wir heute sprechen, erwähnt in einem Video, dass eben von den Tätern Tieranteile produziert werden. Das heißt, da werden Anteile geschaffen durch Persönlichkeitsspaltung, worüber wir schon gesprochen haben, die selbst glauben, ein Tier zu sein und entsprechend auch konditioniert werden und eben abgerichtet dann für diese sexuellen Handlungen. Und sie erklärt dort, dass die Täter vor allem interessiert seien in dem Kontext an Tieren mit schwarz-weißem Fell, weil das offenbar dieser dualistischen Weltanschauung der Täter entgegenkommt und nennt in dem Kontext eben Zebras. Und da kann man sich dann fragen, wie viel Wahrscheinlichkeit gehört oder Zufall gehört dazu, dass hier zwei Überlebende auf diesen kleinen Aspekt gemeinsam eingehen. Das ist aber jetzt nur so ein Punkt von vielen, der zeigt, wenn man da genau arbeitet und viele Quellen durchsucht und auswertet, dass sich da durchaus dann wichtige Verbindungen zeigen, die dann halt auch für die Authentizität der Betroffenen sprechen. Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Und jetzt wollen wir aber wirklich mal auf dein Buch eingehen, nachdem du uns ausführlich eingeführt hast ins Thema und nachdem ich hier noch mein Wort zum Sonntag losgeworden bin. Es geht ja um diese Person Katie Groves, die selbst von sich behauptet, eben Opfer dieses Programms gewesen zu sein, die einen YouTube-Kanal mal betrieben hat, wo sie an die 200 Videos von sich hochgeladen hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Kanal nicht mehr aktiv oder sie macht diese YouTuber-Tätigkeit nicht mehr und du hast aber dieses ganze Datenmaterial ausgewertet, erforscht, hast es in Verbindung gesetzt mit deinen bisherigen Forschungen aus anderen Fällen und zur MK-Ultra allgemein. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, womit steigen wir genau ein? Vielleicht kannst du ja irgendwie erklären erstmal, was das jetzt genau bei ihr für ein Fall war und wie sie dann eben halt auch da rausgekommen ist und zur Aussteigerin oder eben vermeintlichen Aussteigerin wurde. Ja, genau. Ja, vermeintlichen trifft das sehr gut. Gut. Insofern macht es schon Sinn, am Anfang mal kurz auf ihre Person einzugehen, bevor wir dann vielleicht wichtige Dinge ansprechen, die sie da zu berichten hat. Und das sind einige Dinge, die vorher so noch nicht öffentlich gemacht worden sind. Das Buch insgesamt halte ich für eine recht starke Arbeit, weil es eine Gemeinschaftsarbeit im gewissen Sinne ist. Das heißt, diese hochbrisanten und detaillierten Insider-Informationen kommen von Katie Groves. Und meine Aufgabe war in dem Sinne dann, diese Informationen auszuwerten, zu strukturieren und vor allem Verbindungen herzustellen zu anderen Quellen, um eben zu zeigen, also erstens, um eine Struktur reinzubringen in diese 200 Videos, die natürlich erstmal als solche nicht strukturiert waren, die aber jedes einzelne für sich, wo es um das Thema ging, also es ging bei manchen Videos auch einfach um ihr Leben auf der Straße oder sie hat ein Lied gesungen oder ähnliches, aber es gab halt auch genug Videos mit wichtigen Informationen, die aber natürlich über die zwei Jahre, wo sie den Kanal betrieben hatten, jetzt nicht von vorne bis hinten strukturiert waren, aber jedes einzelne Video, wo sie Informations veröffentlicht hat, eben weil sie auch hochintelligent und gebildet ist, hat schon einen sehr starken Informationswert und Aussagekraft, weil sie sehr gut formulieren und beschreiben kann, um was es dort geht. Und drittens war es eine Gemeinschaftsarbeit, weil wir eben noch oder ich einen Auftrag erteilt habe an eine Gruppe von Remote Viewern, mal zu überprüfen, ob es denn diese behauptete Anlage Uncle Sam's Snuff Factory tatsächlich gibt, da können wir vielleicht am Ende noch mal drauf eingehen, mit einem sehr erstaunlichen, unerwarteten Ergebnis. Und das zusammengenommen, meine ich, ja, macht die Arbeit hier sehr, sehr wichtig, weil es in dieser Form noch nie ein Fall einer MK-Ultra-Überlebenden so aufgearbeitet worden ist. Genau, zu Ihrer Person kurz. Ich hatte schon kurz eben erwähnt, sie wurde da hineingeboren in dieses Projekt. Sie erwähnt in einem einzigen Video, wobei man sagen muss, nicht sie, sondern ein anderer Anteil von ihr, ein männlicher Anteil namens Patrick. Erwähnt da sogar auch die Namen ihrer Eltern und hatte vorher auch schon was zur Tätigkeit ihrer Eltern gesagt, nämlich, dass der Vater Psychologe ist und einen Doktortitel hat und die Mutter Klavierlehrerin. In einem Video erwähnt sie dann auch schließlich oder traut sie sich, die Namen zu nennen, sodass sich das dann auch überprüfen ließ, anhand von Internet-Einträgen, dass es diese Person gibt, ihre Eltern und die Eltern tatsächlich auch das machen. Einige Einträge wurden dann später auch gelöscht, die die Eltern dort betreffen. Also auch allein das ist schon ein starker Punkt, der für ihre Glaubwürdigkeit spricht, weil sie eben nicht einfach anonym was von sich gibt, sondern ihren wahren Namen nennt und eben halt auch Informationen zu ihren Eltern offengelegt hat, die beide, wie gesagt, Täter sind, auch wenn sie zum frühen Zeitpunkt mal selbst Opfer waren. Was noch wichtig ist zu Katie Groves, sie war, wie gesagt, von Geburt an in diesen Kreisen, wurde quasi fast jede Nacht zu dieser Untergrundanlage gebracht, die etwa, sagt sie, so eine Dreiviertelstunde von Austin, Texas entfernt ist, wo sie gewohnt hat mit ihren Eltern. Man bekommt auch raus, wenn man die Videos dann durchgeht, wie das möglich war, beschreibt sie nämlich in einem Video und das ließ sich dann durch einen Forscher auch so verifizieren, dass das eine Taktik der Täter ist, so vorzugehen oder eine Methode, dass sie nämlich immer nachts dort hingebracht wurde und mithilfe von Drogen einerseits wachgehalten wurde und ein anderer Anteil dann hervorgeholt wurde, der in diese Anlage kam und dann aber auch mit Drogen wieder in so einen hypnoseinduzierten Schlaf gebracht wurde, sodass sie im Ergebnis meist nur zwei Stunden Schlaf hatte pro Nacht, ehe sie dann aufgeweckt wurde und in die Schule musste. Aber von all dem, was sie dann nachts erlebt hatte, all die Jahre über nichts wusste. Das änderte sich im Alter von 17, als sie quasi so eine Art Erwachen hatte. Hing auch an, zusammen mit harten Drogen, die sie genommen hat, die offenbar ihre Programmierung auch gestört haben, wo sie auf einmal dann erkannte, was da mit ihr passiert. Zumindest, dass sie in diesem Programm ist und programmiert wird, wenn auch dann die einzelnen Erinnerungen an bestimmte Erfahrungen, wie dass sie eben halt auch andere Kinder töten musste, auch ihre eigenen, dann erst nach und nach kamen. Vor allem auch dann kam, wenn es ihr gelang, dann von ihren unzähligen Persönlichkeitsanteilen diese zu integrieren. Weil in dem Moment, wo ein Anteil dann, der diese Dinge erlebt hat, mit ihr verschmolzen ist, mit ihrer Kernpersönlichkeit, ist sozusagen dieses Wissen, dieses Anteils und die Erfahrungen sind dann auf sie übergegangen, sodass sie dann diese tieferen Einblicke auch hatte. Das führte dazu, dieses Erwachen, dass sie versuchte, sich von den Tätern zu lösen. Das war sehr, sehr schwer. Also erst mal musste sie ja quasi eine örtliche Distanz schaffen, was ihr dann irgendwann auch gelungen ist. Da brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf einzugehen. Auch das war ein langer Weg und lebte dann irgendwann mit einem Freund in einer Einzimmerwohnung, abseits dann von Texas, sodass die Eltern da keinen Zugriff mehr hatten auf sie. Aber, und das ist wichtig, auch für das, was jetzt gleich kommt, ihr war von Anfang an klar, dass die Täter immer noch Zugriff auf ihr System haben könnten. Und das hat sich dann auch später bestätigt. Das heißt, obwohl sie jetzt an einem anderen Ort war, wussten die Täter noch, wo sie sich auffällt. Und es war ihr auch wichtig, dass sie sich nicht versteckt, weil dann wäre das Risiko für sie eher noch größer geworden. Und dass sie den Tätern auch weiter ermöglicht, diesen Zugriff. Das heißt, die Täter konnten dann mit Hilfe von Zugangscodes Zugangscodes auf ihr System von Anteilen zugreifen. Unter anderem, das erläutert sie, um an bestimmte Daten ranzukommen, weil sie an Langzeit-Forschungsexperimenten von MK-Ultra auch teilgenommen hat und diese Daten offenbar wichtig waren für die Täter. Aber damit bestand natürlich auch jederzeit das Risiko, dass ihre Deprogrammierungsarbeit zunichte gemacht wird, was auch immer wieder passiert ist. Und sie halt immer noch einer Gefahr ausgesetzt war. Und erstaunlich ist insoweit schon, dass sie zwei Jahre lang Videos veröffentlichen konnte. Aber dann kam eigentlich der Punkt, den ich befürchtet hatte, dass irgendwann diese Katie Groves angekündigt hat, ohne eine wirkliche Begründung, dass sie von nun an sich Dylan Groves nennen würde. Und das war schon merkwürdig, weil sie eigentlich nicht nur ihren Namen verändert hat, sondern es war wirklich ein neuer Anteil. Das heißt, diese hochintelligente junge Frau namens Katie Groves war von einem Tag auf den anderen nicht mehr da. Da gab es dann diesen Anteil Dylan Groves, der auf einmal aber nicht mehr Insider-Informationen zu MK-Ultra und Deprogrammierung geliefert hat. Und wo dann auch kurz Zeit später dieser Programm auf einmal nicht mehr aktiv war, da haben sich dann ihre Community, hat sich dann schon Sorgen gemacht. Sie hatte damals schon, ja, ich meine, einige 10.000, ich meine so 27.000 Follower gehabt. Ihre Videos zu sehr brisanten Themen hatten zum Teil über 100.000 Aufrufe. Und dieser Kanal war dann auf einmal weg. Und nach zwei, drei Monaten hat sie sich dann wieder gemeldet und sagte, ja, sie hätte da irgendwie den Zugang verloren. Und das war dann aber, wie gesagt, Dylan Groves, der jetzt da ist und der seitdem auch nicht mehr über diese Dinge spricht. Aber wenn man sich die Videos genau anschaut, die dieser Dylan Groves jetzt veröffentlicht oder sie halt veröffentlicht, je nachdem, wie man sie jetzt da bezeichnen will, dann gibt es immer wieder versteckte Hinweise, dass sie jetzt auf einmal wieder diesen Folterprozeduren ausgesetzt ist und eben auch nicht mehr frei reden kann. Das war vorher nicht der Fall. Da hat sie über alles geredet oder über sehr vieles geredet, wie diese Uncle Sam Snuff Factory und ähnliche Geheimnisse sozusagen ausgeplaudert. Und das ist jetzt, gehört der Vergangenheit an. Plus es kommen merkwürdige Dinge auf einmal von ihr, wo sie sich quasi zu Satanismus erkennt, bekennt und ähnliches. die zeigen, dass dieser Mensch offenbar jetzt unter der totalen Kontrolle wieder der Täter steht, die versuchen, ja quasi diesen Menschen jetzt zu zerstören. Und das war für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls, zu sagen, okay, ihr Vermächtnis darf da sozusagen nicht in Vergessenheit geraten. Ich möchte das nochmal strukturiert aufarbeiten, in Buchform und der Öffentlichkeit präsentieren. Du hast ja auch ein Video für uns rausgesucht, wo man sie sprechen sieht und wo es dann zu einem Wechsel der Persönlichkeit kommt. Und vielleicht schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam erstmal so einen Ausschnitt an, so eine Minute ungefähr, wie sie normal spricht oder halbwegs normal, wie man es nimmt. Und sprechen da mal drüber. Und das gucken wir uns mal jetzt an. Das ist Katie Groves. Und in diesem Video, ich werde etwas nicht getan haben, etwas extremst für mich, aber ich denke, vielleicht für mich, für mich, vielleicht für mich, für andere und vielleicht informativ für diejenigen, die interessiert in lernen mehr über MkUltra Mind Control. Many Videos have surfaced on the Internet, some real, some probably not, of MkUltra Programming Tapes. To my knowledge, no Survivor of MkUltra has ever recorded themselves und publically posted it. Recounting Programme, as they are expressed in their system. Singing the jingles, the chants, spasming, switching states. Ja, Marcel, wie schätzt du das denn ein, jetzt bei diesem kurzen Ausschnitt, wo man sie praktisch sprechen sieht, ist da jetzt aus deiner Sicht schon etwas Auffälliges oder Besonderes oder Beachtenswertes? Insofern ja und nein. Also man sieht nur und deswegen war es mir wichtig, diesen kurzen Ausschnitt zu zeigen, dass sie in Anführungsstrichen ein grundsätzlich ein ganz normaler Mensch ist, der sich sehr gut artikulieren kann, der gerade, wenn man jetzt längere Videos anschaut, wo sie komplizierte Dinge erklärt, da auch sehr verständlich diese Inhalte überbringen kann, sieht man dann auch im Buch im Einzelnen, wie gehaltvoll das ist, was sie da veröffentlicht und das war mir wichtig, das mal zu zeigen, weil wir jetzt eben sehen, du hast es eben gesagt, nicht nur einen Wechsel von Persönlichkeitsanteilen, das sieht man mehrfach in ihren Videos, dass da auf einmal beispielsweise ein kleiner Kinderanteil redet, der, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre alt ist und einen anderen Namen hat, das kommt immer mal wieder vor in ihren Videos und auch das belegt natürlich die Authentizität von Katie Groves, also sie müsste schon eine sehr gute Schauspielerin sein, um dann diese Wechsel vorzuspielen, davon gehe ich nicht aus, aber was wir jetzt sehen, geht sozusagen darüber hinaus und das ist, kann man sagen, ein einmaliger Vorgang, weil sie eben zeigt, wie eine Programmierung tatsächlich abläuft, das heißt, wir sehen jetzt eine Programmierungssequenz, wo ein bestimmter Anteil, es können sogar auch mehrere sein, die da zu sehen sind, so eine Programmierung noch mal durchläuft, einschließlich beispielsweise Foltererfahrungen, die im Rahmen dieser Programmierung gemacht werden, das heißt, um das zu verstehen, es gibt ja in diesen Betroffenen nicht nur sozusagen verschiedene Persönlichkeitsanteile, sondern kreierte innere Welten, die entweder die Täter dort geschaffen haben für bestimmte Zwecke oder der Betroffene selber sich so eine Welt, innere Welt erschaffen hat, wo dann diese verschiedenen Anteile auch tatsächlich leben oder auch einfach abgestellt sind, solange bis sie benötigt werden, bis sie, man sagt, hervorgeholt werden, häufig dann durch einen bestimmten Trigger. Und genauso passiert es eben, dass so ein Anteil auch innerlich eine Programmierung durchlaufen kann oder auch eine Folter durchlaufen kann oder auch innerlich, auch das beschreibt sie, gehe ich im Buch dann näher drauf ein, auch ein solcher Anteil innerlich unter Drogen gesetzt werden kann, was sehr interessant ist, weil tatsächlich dann dieser Anteil, wenn er dann nach vorne kommt, wie unter Drogeneinfluss stehend, erscheint. Und du als Hypnose-Therapeut weißt ja gut Bescheid auch über Placebo- und Nocebo-Effekte und wie gut die auch in der Forschung belegt sind. Ich bringe dir ein Beispiel auch im Buch, dass man tatsächlich auch einen Menschen allein durch Konditionierung zu bestimmten allergischen Reaktionen trainieren kann. Also in dem Fall war das so, man hat eine Flüssigkeit, die Allergene enthielt, einem oder mehreren Probanden verabreicht, die einen besonderen, auffälligen Geschmack hatte. Und irgendwann hat man die Allergene quasi weggelassen. Und vorher hatten sie natürlich jeweils dann allergisch reagiert und nur noch diese außergewöhnlich schmeckende Flüssigkeit verabreicht. Und es traten dieselben allergischen Reaktionen auf, obwohl in dem Fall gar keine Allergene mehr zugeführt wurden. Und so ähnlich ist das jetzt, wenn wir hier darüber sprechen, dass auch Innenpersonen unter Drogen gesetzt werden. Und das, wie gesagt, sehen wir jetzt. Am besten jetzt mal diese Sequenz an. Los geht's. I hear you calling Marianne. Take me a monkey, make me away. Who are we? What's up, Dr. Octagon is a pussy? MK, stay, love, make me, bay. Day-K, day-K, daycare center, like the main drag of the winter. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, fast schon mysteriös, was man hier sieht. Ich kenne solche Aufnahmen von Personen, die unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung leiden. Auch Psychotiker machen teilweise einen ähnlichen Eindruck. Und da entsteht auf meiner Seite die Skepsis. Einfach, dass ich manchmal das Gefühl habe, kann es nicht einfach sein, dass wir hier eine psychisch kranke Person, die schwerst psychisch krank ist, die sich gefilmt hat, anschauen. Und ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass Menschen wie du, die da mehr, viel mehr, ja deutlich mehr reindeuten, vielleicht auch einfach Krankheitssymptome und Erzählungen dann mit Fakten vermischen. Aber ich weiß, du siehst das anders. Unsere Zuschauer werden sich auch ihre eigene Meinung bilden. Aber das ist zumindest das, wo ich immer zweifle. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass man hier auf jeden Fall eine junge Frau sieht, die definitiv an einer schweren psychischen Krankheit leidet. Darauf kann man sich einigen. Aber wie kommst du, wenn du jetzt selbst da so abwägst, sage ich mal dazu, dass du zu dem Ergebnis kommst, dass es nicht einfach nur eine psychisch Krankheit, eine Psychose ist zum Beispiel. Ja, also das ist aus meiner Sicht eindeutig, wie gesagt, nicht der Fall, weil, wie gesagt, in allen anderen 200 Videos, da wird man so eine Szene nicht nochmal sehen. Man wird manchmal sehen, diese Persönlichkeitswechsel, die ich erwähnt hatte, die man ja auch von anderen Menschen kennt, beispielsweise in dieser Doku Höllenleben, die recht bekannt ist, wo auch eine multiple Überlebende von ritueller Gewalt gezeigt wird. Auch da sieht man so einen Persönlichkeitswechsel, wodurch Therapeuten sozusagen vorher abgeklärt war, dass sie tatsächlich an dieser dissoziativen Identitätsstörung leiden, die früher ja multiple Persönlichkeitsstörungen hieß. Und hier ist es so, dass man genau sowas, wie man jetzt eben gesehen hat, und das ist nur ein Ausschnitt, das waren jetzt so rund zwei Minuten einer Sequenz, die ja deutlich über zehn Minuten geht, sieht, die sich nochmal von dem unterscheidet. Und wo auf den ersten Blick, da gebe ich dir völlig recht, das sehr merkwürdig und verstörend wirkt. Es wirkt zum Teil so, auch wie, man kennt manchmal auch aus dem Internet so Aufnahmen von Personen, die angeblich dann besetzt sind oder besessen sind und sich dann merkwürdig verhalten. hier ist es aber so, es wirkt nach außen so, aber zum einen hat sie ja angekündigt, sie würde diese Programmierungssequenz vorführen und hat dann sozusagen den Wechsel in diesen Anteil, der das durchlebt, dann gezielt herbeigeführt. Also das kam jetzt nicht irgendwie zufällig zustande. Und das andere ist, alles, was man da auch nicht nur sieht an Reaktionen, sondern auch hört, was sie sagt, das scheint auf den ersten Blick oder auf den ersten Eindruck keinen Sinn zu ergeben und ja, wie du schon sagst, einfach ein merkwürdiges Verhalten einer psychisch kranken Frau zu sein. Aber es ist, davon ist auszugehen, eben eine Programmierungssequenz, weil wenn man diesen Inhalt sich mal näher anschaut, was schwierig ist, weil wir nicht die tiefgehenden Einblicke haben wie ein Programmierer, aber wir wissen von anderen Überlebenden oder von Forschern bestimmte Details und einiges sagt sie auch, was in so einer Programmierung zu erwarten ist und abläuft. Und so erklärt sie zum Beispiel, dass das Aufzählen von Zahlen, was immer wieder in dieser Sequenz jetzt hier zu sehen ist, nicht den Abschnitt, den wir gesehen haben, aber in dem gesamten Abschnitt, dass das beispielsweise dazu dient, eine Trance zu verstärken. Wir beide kennen das, das ist natürlich ein ganz übliches Mittel zur Transinduktion, dass wiederum aber Zahlen, die nicht erkennbar in einer Reihenfolge stehen, eben nichts damit zu tun haben, sondern dass das wiederum Zugangscodes wären für bestimmte Anteile. Sie wechselt auch in der Intonation. Zum Teil kommt so eine Art Sing-Sang und auch das passt wiederum zu dem, was Forscher sagen, dass nämlich in diesen Programmierungen sehr gerne Kinderreime verwendet werden, weil die sehr eingängig sind und auch eine hypnotische Wirkung haben. Das heißt, es wird von anderen auch berichtet. Dann ein, und das sind diese Details, von denen ich gesprochen habe, sagt sie mehrmals, make me a monkey. was erst mal keinen Sinn zu ergeben scheint, mach aus mir einen Affen. Da bin ich aber bei einem Forscher, Fritz Springmeier, der zusammen mit einer auch überlebenden Sisko Wheeler ein Buch geschrieben hat. Er selber wird auch stark angegriffen, aber ich meine die Informationen in seinen Büchern, gerade mit dieser Sisko Wheeler zusammen, die sind sehr wichtig und sehr weitgehend. Und er hat beispielsweise dort geschrieben, oder die beiden, dass es ein Monkey Programming gibt, also eine quasi Affenprogrammierung, wo Affenanteile erschaffen werden. Und da drängt sich natürlich der Verdacht auf, wenn dieser Forscher sagt, es gebe dieses Monkey Programming und sie sagt jetzt hier, make me a monkey, dass das möglicherweise ein Ausschnitt ist, dieser Affenprogrammierung. Oder am Ende sagt sie mehrmals Gott, 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 Dog, Gott, 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 und wechselt diese beiden Worte ab. Und da schien auch mir jetzt erstmal überhaupt keinen Sinn zu machen. Irgendwann las ich dann in dem Buch eines Kultüberlebenden, wie er so ein Ritual beschrieb, wo die Betroffenen Bibelferse rückwärts gelesen haben, wobei dann aus Gott umgekehrt Dog wurde. Also ich glaube beispielsweise an der Stelle, auch das ist keine Willkür oder kein Zufall, da hat sie halt eben diese satanische Umkehrung benutzt und aus Gott Dog gemacht im Sinne dieser Täterdoktrin. Und ich bringe im Buch noch einige andere Erklärungen, auch sie selber gibt einige Erklärungen in einem Kommentar zu diesem Video, was da eigentlich zu sehen ist. ein anderer Punkt und den sah man jetzt in dem Abschnitt, den wir gesehen haben, sie stößt da so einen sehr intensiven, langen, lautlosen Schrei aus. Das wirkt schon sehr dramatisch und ich bin kürzlich dann auch in dem Buch einer anderen Überlebenden, Elisa I, die auch in dem MKUltra Programm war, drauf gestoßen, wie sie beschrieb, plötzlich ein Flashback gehabt zu haben an so eine Foltersitzung und dann seien so Körpererinnerungen hochgekommen und in dem Moment hätte sich ihr Mund extrem weit geöffnet zu so einem lautlosen Schrei, als sie diesen Schmerz aus der Folter nochmal durchlebt hat. Und auch das ist so eine Parallele, das heißt Katie Groves in dem Moment scheint oder ein innerer Anteil von ihr eine bestimmte sehr schmerzhafte Folter zu durchleben, weswegen dann dieser lautlose Schrei ausgestoßen wird. Das nochmal so am Rande, dass es eben doch diverse Hinweise gibt, das, was man sieht, nicht einfach nur eine psychische Störung ist, wo zufälliges Kauderwelsch dann rauskommt. Wie ist denn das, was berichtet sie denn dann detailliert, also bleiben wir so bei ihrer Erzählung, was dann mit ihr im Rahmen dieses Programms gemacht wurde oder wozu sie da genau eingesetzt wurde. Vielleicht ein paar Details oder eine Anekdote oder irgendwas besonders Einprägsames. Ja, da war leider vieles besonders einprägsam, allein schon durch die Grausamkeit der Dinge, die sie da beschreibt. Also beispielsweise in dieser Uncle Sam Snuff Factory wurden, ich hatte es ja schon erwähnt, zum einen dieser Programmierungen dann durchgeführt, wo sie unter anderem beschreibt, sehr detailliert wieder auch virtuelle Technologie eingesetzt wird. Da kommen wir auch schon wieder in diesen Bereich, über den wir eben gesprochen haben, mit Nocebo- und Placebo-Effekten. Das heißt, wobei da dann eher auch die Spiegelneuronen eine Rolle spielen. Das heißt, dadurch, dass ein Mensch etwas wahrnimmt, löst es bei ihm vereinfacht gesagt etwas aus. Man spricht davon so eine Art Resonanz System des Gehirns, wo, wenn ich beispielsweise Schmerzen oder Leiden sehe, in meinem Gehirn automatisch unbewusst und unwillkürlich sich ein Gehirnaktivitätsmuster ausbildet, was eben diesem wahrgenommenen Leiden entspricht. Und so beschreibt sie, wie dann auch mit gerade fortgeschrittener Virtual-Reality-Technik sehr effektiv Folterungen durchgeführt werden konnten, die halt auch über das hinausgehen, was man physisch hätte bewerkstelligen können. Also beispielsweise, ja, ich will es jetzt hier gar nicht so beschreiben, aber Dinge, die schnell zum Tod führen würden, konnte man bei ihr dann sozusagen tausendfach hintereinander durchführen. Sie musste jedes Mal diesen tödlichen Schmerz, wenn man so will, neu durchleben, weil er es eben sozusagen nur in ihrem Bewusstsein ablief. Das ist jetzt mal ein Beispiel zu MKUltra. Sehr, sehr schlimm ist, sie sagt, diese Anlage sei quasi ein Standort für einen von der CLA betriebenen Kinderhandelsring, dass es dort eben diese sogenannten Snuff-Filmproduktionen gibt oder gab zu ihrer Zeit, wo sie selber dann auch als Täterin mitwirken musste. Das heißt, sie musste andere Kinder töten im Rahmen dieses, dieser Missbrauchsvideos und da beschreibt sie auch dann in einem Video vier Vorfälle mit anderen Kindern, die scheinbar da besonders wichtig waren oder in Erinnerung geblieben sind und dazu muss man sagen, also nicht alle ihre Videos sind irgendwelche Horrorvideos, das war ein Video von 200, wo sie dann genau da drauf mal eingegangen ist und allein das ist schon, ja ich sag mal, schwer auszuhalten, da geht es darum, dass ein kleiner, beispielsweise ein kleiner Junge dann bei einem Leib auseinandergerissen und missbraucht wird und ähnliches oder sie beschreibt wie sie und das ist eine häufige Technik, auf die man da stößt in den Kreisen natürlich auch abgerichtet wird als Täter, indem sie ihre eigenen Kinder auch töten musste, da beschreibt sie dann beispielsweise wie sie durch bei einem Kind, von dem ihr gesagt wurde, es sei ihr eigenes Kind, dazu muss man wissen, es gab Abtreibungen, aber es wurden ihr auch Eizellen entnommen, die dann so hat man jetzt berichtet in Pflegemüttern ausgetragen worden sind, so dass sie das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ob sie eigenes Kind war, aber es wurde ihr so gesagt, da musste sie beispielsweise dann das Gehirn durch den weichen Teil der Schädeldecke auskratzen mit einem Eislöffel und ähnliche Dinge. Sowas ist nach ihrer Erzählung dort durchgeführt worden, es gab beispielsweise einen Bereich, der nannte sich Cannibal's Kitchen, wo sie sagte, sie nennt es so weiß aristokratische Frauen Kinder oder Babys auf Menükarten bestellen können, die dann auf Platten da zubereitet serviert wurden und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich mich gefragt hatte, warum spricht sie jetzt hier von weißen aristokratischen Frauen, die da Kannibalismus betreiben, es kam mir so ein bisschen merkwürdig vor oder aus dem Kontext ist und da schließe ich dann bei einem anderen Überlebenden Kurt Barker, der auch Kult-Erfahrungen hatte und tiefe Einblicke in Satanismus darauf, dass er beispielsweise beschreibt, in so einem Anwesen von zwei Schwestern gewesen zu sein, Satanisten, die auch Kannibalismus betrieben haben, wo eine oder beide dann ihm genau erklären, den Zusammenhang, den sie sehen oder der so behauptet wird zwischen Aristokratie und Kannibalismus verkürzt gesagt, dass ursprünglich mal sozusagen die Löwen an der Spitze der Nahrungskette standen und die Menschen gefressen haben und als Götter verehrt worden sind und dann irgendwann war der Mensch in der Lage, eben die Tiere und die Löwen zu beherrschen und es ist aber sozusagen beibehalten worden von den Herrschern als Zeichen ihrer Überlegenheit, diesen Kannibalismus zu betreiben und das passte sehr gut, weil da eben dieser Zusammenhang zwischen Aristokratie und Kannibalismus beschrieben und auch begründet wird. Das ist nur mal so Beispiele. Es gibt noch andere Dinge, die sie da beschreibt, beispielsweise dass sehr reiche Personen sich dort quasi einmieten konnten in dieser Anlage für große Summen und auch mit der Abmachung dann nie mehr wieder sozusagen an die Erdoberfläche zu kommen, um dort quasi alles ausleben zu können, was ihnen da so einfällt. Also ihnen wurden dann auf Wunsch Sklaven gebracht, die sie für jeden erdenklichen Sektor benutzen, missbrauchen, foltern, töten konnten und diese Dinge beschreibt sie dort halt, wenn es um diese Anlage geht. Ja, vielen Dank für die Ausführung, sehr makaber, sehr interessant auch, für mich teilweise auch sehr abstrus, aber ja, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. ich will deine Arbeiten gar nicht schlecht machen. habe da andere Standpunkte, mich überzeugen diese Geschichten nicht, es sind sehr interessante Horrorgeschichten und auch wenn sich da mehrere Quellen vielleicht verbinden lassen, ist es für mich nicht faktisch genug, aber ich finde es ja interessant trotzdem, dass es diese Verbindung gibt, also das ist ja in deiner Recherchearbeit, bist du in der Vorgehensweise sauber, das ist ja nicht von der Hand zu weisen dann, wenn dann andere Berichte sich damit decken. Und es kommt ja noch was. Ja genau, da will ich jetzt auch hinaus, aus meiner Sicht bleiben da trotzdem viele Fragezeichen, aber wie gesagt, es gibt eben noch diese Geschichte, du hast ein Remote Viewing Forschungsprojekt extra dazu ins Leben gerufen und auch das irgendwie rechne ich dir hoch an, einfach aus dem Grund, weil du sowas in Anführungsstrichen Verrücktes machst oder solche Sachen, die würden jetzt andere auch nicht machen und ganz eigene Wege der Wahrheitsfindung gehst oder der Art sich dem Thema zu nähern, aber du musst, bevor du jetzt das Projekt erklärst, nochmal für die Zuschauer, die das nicht wissen, erklären, was Remote Viewing überhaupt ist, bevor du erklärst, wie du das dann genutzt hast. Genau, vielleicht bevor ich dazu komme, noch zwei einschübe, damit man erklären oder verstehen kann, was da jetzt kommt und welche Tragweite aus meiner Sicht auch das hat, auf was wir da beim Remote Viewing gestoßen sind. Das eine ist, dass Katie Groves etwas beschreibt, was vorher auch von niemandem beschrieben wurde, werden eben über Remote Viewing gesprochen, sie beschreibt etwas, das nennt sich Dissociative Viewing, also dissoziatives Sehen. Hintergrund ist, dass Anteile eben bekanntermaßen auch ausgerichtet werden, um beispielsweise Auftragsmorde und Attentate auszuüben, werden meistens als Delta-Anteile bezeichnet. Auch sie hat so einen Delta-Anteil, wo sie auch, und all das spricht für ihre Glaubwürdigkeit, sehr detailliert darauf eingeht, wie die geschaffen werden, so quasi wie kleine Roboter dort konditioniert werden. Und in dem Kontext erwähnt sie eben das Dissociative Viewing, dazu muss man wissen, dass dieser Delta-Anteil natürlich bei der Ausführung seines Auftrags lernen soll, fokussiert auf das Ziel, vor ihm zu bleiben, gleichzeitig aber in der Lage sein soll, sich optimal zu bewegen und Gefahren zu erkennen. Und zu dem Zweck haben die Täter diese Kinder konditioniert, außerkörperliche Anteile zu erschaffen. Das heißt, Anteile, die in der Lage sind, außerkörperliche Zustände einzunehmen, die dann sozusagen um den Betroffenen herum oder diesen Delta-Anteil, den Attentäter positioniert werden und somit etwas gewährleisten, was von den Tätern Omnivision genannt wird, also so einen 360-Grad-Rundumblick. Da will ich jetzt gar nicht so darauf eingehen, nur der Hinweis, in meinem Buch bringe ich ein sehr, sehr wichtiges militärisches Dokument, was belegt, welches großes Interesse das Militär auch an außerkörperlichen Zuständen hatte und sogar dort ein physikalisches Modell vorstellt, wie man solche außerkörperlichen Zustände erklären kann. Also insofern, wenn man gerade dieses Dokument daneben legt, ist das dann eben gar nicht mehr so verschwörungstheoretisch und das gilt erst recht dann fürs Remote Viewing. Remote Viewing ist die von der CIA in den 70er Jahren entwickelte Technik der Fernwahrnehmung. Das heißt, es wurde ein bestimmtes Vorgehen entwickelt, wie ein Mensch über quasi medialem Wege an Informationen gelangt. Also beispielsweise den Aufenthaltsort einer anderen Person oder die Beschreibung eines Ortes, der nicht zugänglich ist oder ähnliches. Und das Wichtige ist, und deswegen gehe ich sehr, sehr oft auf das Thema Remote Viewing ein, dass eben die Realität dieses Phänomens Remote Viewing durch CIA-Unterlagen zweifelsfrei belegt ist. Ich habe die in meinem früheren Buch schon abgedruckt. Ich habe diesmal weitere Remote Viewing-Dokumente offengelegt. In den alten Dokumenten stand zum Beispiel drin, dass es ein reales Phänomen ist aus Sicht der CIA, das auch durch Techniken trainiert werden kann und das sich auch für nachrichtendienstliche Zwecke einigt. Ich habe jetzt Dokumente auch abgedruckt, die zeigen, wie solche Remote Viewing-Techniken operativ angewendet worden sind. Also zum Beispiel zur Lokalisierung eines entführten Soldaten oder auch im Kontext von dem Irakkrieg sieht man da alles im Einzelnen. Und ich habe beispielsweise auch ein Dokument abgedruckt, was zeigt, dass eben dieses Remote Viewing nicht irgendwie ein Nischendasein einiger esoterischer Spinner innerhalb des Militärs geführt hat oder der CIA, sondern jährlich von dem stellvertretenden Verteidigungsminister der USA persönlich immer wieder freigegeben worden ist und auch in dem Panel, was diese Tage zusammengestellt hat, dass dort leitende Mitarbeiter der CIA, der DIA und anderer Geheimdienstzweige saßen. Also das nur mal so vorab zum Thema was ist Remote Viewing und können wir das ernst nehmen. Und da ich allein schon aufgrund dieser Dokumente davon ausgehen konnte, dass Remote Viewing ein reales Phänomen ist und tatsächlich existiert und mittlerweile aber auch mehrfach Zeuge wurde, wie gut das funktionieren kann und in dem Kontext auch sehr erfahrene Remote Viewer und Talentierte kennengelernt habe, wusste ich, welche Möglichkeit man mit Remote Viewing hat und natürlich das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dann Remote Viewing versucht habe einzusetzen, um quasi die CIA auszuforschen, wenn man so will. Also konkret um die, das Target war die Existenz dieser Uncle Sam Snuff Factory nachzuweisen. Das war die Zielvorgabe, wobei man wissen muss, und das macht das Remote Viewing so einzigartig und wichtig, da wird nicht dem Remote Viewer gesagt, beschreib mal diese Anlage, ob es die gibt und wo die ist, sondern die von der CIA entwickelte Technik nennt sich Coordinate Remote Viewing, das heißt, da wird ein Ziel definiert, in dem Fall diese Anlage, und diesem Ziel werden vorher Koordinaten, das heißt einfach Zahlen, Zufallszahlen zugewiesen und der Remote Viewer kriegt lediglich diese Zahlenreihenfolge genannt, das heißt, er weiß nicht, um was es geht, in dem Fall weiß der Remote Viewer auch nicht, dass ich der Auftraggeber bin. Ziel natürlich des Ganzen, man will verhindern, dass da irgendwelche Fantasien oder Vorannahmen reinfließen, sondern nach dem theoretischen Modell greift sein Unterbus-Zeit quasi auf ein Informationsfeld zu und ruft dann oder versucht es, die Daten abzurufen, die dieses Target betreffen, das sozusagen zur Erklärung, wie das läuft. Du hast für diese Anlage, für dich, Zahlen festgelegt, um die zu beschreiben? Nein, ich habe nur, ich habe das Ziel umschrieben und ein Monitor hat dann dieses Tasking übernommen, das heißt auch nochmal nach Remote Viewing Maßstäben, also wie man das genau formuliert, wo man auch sozusagen Details des Targets nochmal kodiert, zum Beispiel sagt, Z steht jetzt speziell für Mind Control und Snuff Produktionen und der hat dann diese Zahlenkombination zugewiesen und hat dann dem Remote Viewer in der Sitzung und das wurde alles auch auf Video aufgenommen, nur diese Zahlenkombination genannt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die haben da irgendwie kollosiv zusammengewirkt, die haben das alles vorgespielt, der Remote Viewer wusste eigentlich, um was es geht und hat dann so getan, als wenn er nichts wusste. Könnte man sagen, dagegen spricht sozusagen der Ablauf der Sitzungen und auch die Protokolle, und auch dafür, dass ich weiß, beispielsweise in einem anderen Fall, wo der selbe Remote Viewer beteiligt war, dass er tatsächlich Informationen aufgedeckt hat, die er erstens nicht wissen konnte und die zweitens aber belegt waren. Also das heißt, da konnte nichts weitergegeben werden in Bezug auf diese bestimmte Information. Die hat er geliefert, wo wir erst im Nachhinein entdeckt haben, dass diese Informationen zu dem Target gehören. Also ein ganz beeindruckender Fall und deswegen war ich halt auch so begeistert von dem. Und so lief das ab. Das heißt, der erste Remote Viewer hat diese Koordinaten bekommen. Er sollte dann einfach beschreiben, was er wahrnimmt. dieses vorgefertigte CIA-Protokoll quasi abarbeiten. Und es war natürlich von Anfang an auch für mich ein gewisses Risiko damit verbunden, weil es könnte ja sein, dass die Remote Viewer nichts sehen oder herausbekommen, das stimmt so alles nicht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das Buch quasi schon fast fertig geschrieben, bis auf den Punkt. Da wäre ich sozusagen in einer schwierigen Situation gewesen. Und es fing auch zumindest merkwürdig an in der ersten Sitzung. Und zwar hat tatsächlich der Remote Viewer sehr schnell schon eine unterirdische Anlage beschrieben. Da könnte man jetzt sagen, ja super, wunderbar. Er ist also sozusagen on target. Das Problem war allerdings, dass diese Anlage sowohl von den Ausmaßen und von dem Aufbau jetzt nicht dem entsprach, was ich in Bezug auf eine militärische Untergrundanlage erwarten würde. Es war alles sehr viel kleiner und enger und verwinkelter. Und vor allem das Projekt, was dort stattfand, und es war ein Projekt, hatte nichts mit MK-Ultra zu tun und auch nichts mit Snuff-Videos, sondern er hat sehr, sehr detailliert beschrieben, wie da quasi ein genetisches Züchtungsprogramm durchgeführt wurde, an dem Katie Groves, aber auch andere beteiligt waren und hat dort beschrieben, wie offenbar diesen Versuchspersonen etwas entnommen wurde, um dann später, so hat er das gesehen, DNA zu energetisieren beziehungsweise tote Materie zu beleben. So, als wenn man auf irgendeine Art und Weise dort eben Menschenwesen, keine Ahnung, gezüchtet hat mit einem sehr, sehr fortschrittlichen Verfahren. Er hat da eine Gruppe von Wissenschaftlern wahrgenommen, die das beobachtet und ausgewertet haben. Und es war auch keine insofern beängstigende Atmosphäre, eher auf seiner Seite, aber auch auf Seite von Katie Groves so eine beobachtende Neugier, die er da wahrgenommen hat. Also es passte irgendwie nicht zusammen. Deswegen haben wir dann eine zweite Sitzung anberaumt mit einem anderen Remote-Führer, um nochmal zu schauen, ja, wie passt das, was er gesehen hat, mit dem Target, nämlich der Uncle Sam Snuff-Factory zusammen. Interessanterweise auch der zweite Remote-Führer hat genau dieses Züchtungsprogramm beschrieben, bis in Details übereinstimmend. Und da kam dann sozusagen die Wende, wo ich dann aufgeatmet habe, als ihm gesagt wurde von dem Monitor, das ist derjenige, der die Sitzung anleitet, natürlich ohne irgendwie Informationen zu geben, sondern nur sozusagen sagt, geh mal dort näher rein oder schau als nächstes Mal auf die Emotionen oder nenn mir mal die groben Abmessungen und so ähnliches. An einer Stelle dieser Sitzung sagt er, beschreibe mal Z und als Z war MK-Ultra Snuff definiert worden und obwohl er nicht aufgefordert war, hat dann der Remote-Führer, man sieht es auch auf dem Video sehr schön dann und ich habe die Protokoll- und Zeichnung auch abgebildet im Buch, hat er eine Anlage bezeichnet, die genau dazu passte. Also man sieht einen zentralen Lift oder Aufzugsschacht und mehrere waagrechte Ebenen und dazu kam, dass er gleich in dem Kontext auch noch eine Szene gesehen hat, wo sich ja Katie Groves in so einer Foltersituation befand. Interessant war, dass er sich gewundert hat in dem Moment, dass sie da in einem Raum hängt und scheinbar nur beobachtet wird, aber ja gar nicht befragt wird, weil er erwartet hätte, wenn da ein Mensch irgendwo aufgehängt ist und andere sind um ihn herum, dass es so eine Verhörsituation ist. Er wusste ja nicht, um was es geht, aber es hat sich dann auch aufgrund weiterer Eindrücke, die da kamen, gezeigt, es war eben ein wissenschaftliches Projekt, wo es darum ging, quasi so eine Sollbruchstelle zu ermitteln, wann gibt ihr Geist auf. Insofern passte das schon sehr gut zu dem Thema MKUltra. Dennoch war immer noch nicht klar, wie hängt jetzt die erste mit der zweiten Sitzung zusammen, deswegen haben wir dann eine dritte Sitzung noch durchgeführt. Ich kürze es jetzt alles mal sehr ab. Im Buch habe ich das ja genau nachskizziert, was da passiert ist und die dritte Remote-Führerin, da sagte mir der Monitor, die ist quasi noch in der Ausbildung, deswegen hatte ich da eigentlich gar nicht so hohe Erwartungen, aber die hat dann wirklich nochmal auch mich sprachlos quasi zurückgelassen, weil sie eben sehr detailliert dieses MKUltra-Szenario gesehen hat. Also sie hat zum einen auch diese Anlage beschrieben, hat aber auch, weil wir vorhin drüber sprachen und du da ja auch zu Recht skeptisch warst, auch so Dinge gesehen wie Missbrauch von Kindern oder Köpfe werden abgetrennt. Sie hat Okkultismus, Blasphemie, solche Begriffe wahrgenommen und das war das Beeindruckendste eigentlich dieser ganzen Sitzung, sie fing auf einmal an etwas zu zeichnen, von dem sie aber nicht wusste, was sie da zeichnet und ich sah nur, dass sie mehrere so, ja, Art Wellenförmige Striche aufzeichnete und mein Impuls war auch dann sofort, okay, das müssen Gehirnwellen sein und tatsächlich zeichnete sie dann nach und nach ein Apparat, den sie als Messstation bezeichnete und ein Strichmännchen daneben mit einem quasi Helm auf dem Kopf, wo ein Kabel dann von dem Helm zu der Apparatur führte, wo man eindeutig erkennen konnte, da werden die Gehirnwellen von einem Menschen gemessen und das wirklich Erstaunliche ist, dass in einem Fachbuch nämlich von Dr. Alison Miller eine Zeichnung einer Überlebenden von Carol Rutz abgebildet ist, wo sie genau diese Anlage oder Konstruktion auch aufgezeichnet hat, was sie als Kind erlebt hat, wo sie da mit einem großen Helm auf dem Kopf sitzt, der mit einer Messvorrichtung verbunden ist und sie eben sagt, dass dort die Gehirnaktivität der verschiedenen Innenpersonen aufgezeichnet wurde. Dazu muss man wissen, Katie Groves hat vorher schon in einem Video gesagt, dass sie nicht nur verschiedene Persönlichkeitsanteile hat, die eben verschiedene Persönlichkeiten haben, sondern eben diese auch unterschiedliche Gehirnwellenaktivitäten aufweisen. Und genau das ist dort zu sehen. Zudem hatte der Monitor dann noch gefragt, ob das nur Katie Groves ist, die da zu sehen ist. Und dann sagte sie, die Remote-Führerin, Nein, nein, es sind mehrere von ihr, das heißt, mehrere Anteile, meinte sie damit, sodass die Aussagen von Katie Groves und das, was dort wahrgenommen und gezeichnet wurde, in einem sehr hohen Detaillierungsgrad absolut zusammenpassten. Und vielleicht als letzter Hinweis, auch sie hat dann dieses genetische Programm wahrgenommen, wobei wir da nicht tiefer eingegangen sind, sagte, dass da wohl nicht nur Menschen quasi hinterstecken, wobei wir die Spur nicht weiter verfolgt haben, weil ich wollte bei dem Buch bewusst nicht auf Themen, ja, ich sag mal, wie Besetzungen oder, weiß nicht, Außerirdische oder UFOs und so weiter eingehen, sondern das eigentlich auf dieser weltlichen Ebene belassen, konnte aber jetzt nicht damit rechnen, dass gerade beim Remote-Führing, wo ich gar nicht die Erwartungshaltung hatte, dann Dinge aufkamen, die in eine merkwürdige Richtung deuten. Aber wir haben die Spur jetzt auch nicht weiter verfolgt, weil es primär ja darum ging, die Existenz von Uncle Sam Snuff Factory nachzuweisen, was uns dort, denke ich, den Remote-Führern sehr gut gelungen ist. Und als, auf die Frage, was jetzt hinter all dem steckt, kamen dann bei dieser Führerin zwei Eindrücke. Das eine war Fremdherrschaft und das andere war Genozid. Und auch das ist interessant und das zeigt auch nochmal, dass hier nicht einfach ein Remote-Führer sich was ausgedacht hat in kollosiven Zusammenwirken mit dem Monitor, um dann eine Story zu erzeugen. Denn in einem einzigen Video erwähnt Katie Groves, und das war natürlich niemandem bekannt, der Beteiligten, jetzt außer mir und ich habe es auch erst beim Durchlesen des Manuskripts dann gesehen, erwähnt sie, dass Uncle Sam Snuff Factory auch Genocide Factory genannt wird. Also da dieser Begriff Genozid auftaucht und die Remote-Führerin konnte auch damit sogar gar nichts erst mal anfangen, da kam dieser Begriff bei ihr an und sie fragte noch den Monitor, was ist denn Genozid und der hat dann gesagt, ja mach weiter, ich erkläre es dir gleich und so waren das insgesamt viele Punkte, die wirklich zu erstaunlichen Erkenntnissen führten. Genau und ein Thema muss ich leider noch erwähnen, damit es sozusagen zu einem runden Abschluss führt, nämlich Katie Groves beschreibt ein Projekt, was vorher auch niemand vor ihr beschrieben hat. Das nennt sich Project Antilope, also Projekt Antilope. Warum es so heißt, ist nicht bekannt. Wichtig ist nur, bei dem Projekt geht es um exponentielle Aufspaltung, das heißt, da werden extrem viele Persönlichkeitsanteile produziert und Katie Groves wurde in das Programm auch nur aus dem Grunde genommen, weil sie hochintelligent ist und besonders analytisch, mathematisch begabt ist, weil die Täter sagten, man kann diese innere Struktur, die dafür nötig ist, und wir sprechen hier von Hunderttausenden bis wahrscheinlich vielen Millionen Anteilen, nicht ausbilden ohne diese überragende Intelligenz. Sie beschreibt genau, wie das funktioniert. Im Buch ist das im Detail nachgezeichnet, beispielsweise durch sogenannte Splitting Factories, also innere Spaltungsfabriken, wo Anteile reingebracht werden und eine kontinuierliche Aufspaltung in jedem Moment stattfindet. Und ich habe mich schon gefragt, als ich das dann geschrieben hatte über Project Antelope und exponentielle Aufspaltung, was soll das Ganze, welchen Zweck hat das, welchen Sinn sehen die Täter darin, einen Menschen in dieser Form exponentiell aufzuspalten, dass da auf einmal Millionen von Persönlichkeitsanteilen und Persönlichkeitsfragmenten vorhanden sind, die man ja gar nicht im Einzelnen gezielt für irgendwas einsetzen kann. Und jetzt kam aber raus dieses sehr, sehr verborgene Züchtungsprojekt, über das auch Katie Groves mit keinem Wort gesprochen hat, das wahrscheinlich ihr bewusst gar nicht bekannt war, sondern nur anderen Anteilen. Und dort kam eben raus, ich hatte es vorhin erwähnt, dass etwas entnommen wird, um tote Materie beziehungsweise DNA zu energetisieren beziehungsweise zu beleben. Und da hatten dann auch schon der Monitor und der Remote View am Ende der Sitzung kurz diskutiert, als dann offengelegt wurde, was war das Target und von wem kam der Auftrag, ob da vielleicht das Bewusstsein übertragen wurde bei diesem Vorgang. Und da ist mir dann eine Hypothese in den Sinn gekommen, das ist wie gesagt nur eine Hypothese, aber wir haben einerseits dieses Project Anti-Lob, wo Millionen von Bewusstseinsfragmenten geschaffen werden und ich meine, wir haben es ja nicht mit Persönlichkeitsanteilen, sondern eher wirklich mit Bewusstseinsanteilen oder man kann es vielleicht auch Seelenanteilen oder Fragmenten zu tun und wir haben und wir haben ein Programm, wo Wesen gezüchtet werden, in dem DNA offenbar möglicherweise mit Bewusstsein oder Seelenanteilen belebt wird, energetisiert wird. Und wenn man das zusammennimmt, macht es auf einmal scheinbar doch Sinn, dass man nämlich all diese Anteilen gebraucht hat bei Katie Groves, um dieses Züchtungsprogramm auf diese Weise durchzuführen, weil man eben ja dann die Möglichkeit hat, Wesen in sehr großer Anzahl mithilfe dieser Fragmente dann heranzuziehen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Hypothese, auf die ich halt auch nur kam durch dieses unerwartete Remote Viewing Ergebnis, an dem ich nicht zweifle, weil es eben drei Remote Viewer unabhängig voneinander wahrgenommen haben. Schön, dass du das zum Ende dann sagst. Es ist eine These, weil das wird auch häufig mal falsch verstanden. Es gibt oft draußen, ich meine jetzt gar nicht beim Publikum auf meinem Kanal, unsere Zuschauer sind super, aber ich nehme das so in öffentlichen Debatten wahr, wenn man so auf YouTube oder in den Systemmedien oder alternative Medien sind, irgendwas sagt, ist da oft so eine Erwartungshaltung, dass dann der Dozierende oder Sprechende irgendwie Wahrheiten verkündet, die absolut sind und mir ist wichtig vor allem, dass man Diskussionen führt, wo man frei Gedanken äußern darf und auch wenn sie mal sehr abgefahren sind. Immer in dem Wissen, dass wir ja Diskurse schaffen und Diskussionsräume und nur wenn wir frei denken und uns frei äußern dürfen, können wir uns dem, was man die Wahrheit nennt, schrittweise annähern. Und es gibt ganz viele subjektive Wahrheiten, da draußen so viele wie es Menschen gibt und insofern, auch wenn das für mich alles sehr, sehr abgefahrene Thesen sind, die du vertrittst oder in den Raum stellst, finde ich es völlig okay und es hat seine Bedeutung und es ist sehr interessant. Und ich bin vor allem gespannt, was in den nächsten Jahren noch so an Sachen irgendwie so geleakt werden wird. Das ist ja, manches kommt im Nachhinein raus, wo man dann gesagt hat, ja, ich habe es euch doch schon immer gesagt. Manches wird sich vielleicht nicht bestätigen, dass es Zuchtprogramme gibt. Das steht für mich auch fest, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir diese Gentechnologie haben, dass diese Gentechnologie unheimlich verlockend ist, glaube ich, für Forscher, dass sie auch mit diesen Ideen des Transhumanismus zusammenhängt und da bin ich mir auch sicher, dass ich weiß nicht wer, ob private Firmen oder militärische geheimdienstliche Einrichtungen oder in Kooperation, dass die auf jeden Fall sicherlich an verschiedenen Orten dieser Welt auch Gen- oder Zuchtforschung, wenn man das so nennen möchte, durchführen, die nicht offiziell irgendwo gelistet sind oder die nicht konform sind mit den Gesetzen der jeweiligen Staaten. Ich glaube, das wäre naiv. davon nicht auszugehen, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass es ja gegebenenfalls auch für die militärische Nutzung in Zukunft entscheidend sein könnte, also da auch so ein Interesse hintersteht und auch im Wissen, dass es ja, denken wir nur mal so an Menschenversuche im Dritten Reich, ähnliche Dinge ja auch nachweislich schon gegeben hat. Ob solche Sachen, wo ich davon ausgehe, dass sie existieren, ich kann es nicht beweisen, jetzt dann deckungsgleich sind mit dem, was du erforscht oder als Hypothesen in den Raum stellst, das ist fraglich oder das können wir nicht rausfinden. Wir können es aber mal so in den Raum, wie gesagt, stellen und das ist ja diskussionswürdig und vor allem ist es würdig, mal drüber nachzudenken. Und ich finde, das ist auch immer wichtig, mal ungewohnte und neue Denkrichtungen zu gehen. Und ja, ich hoffe, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Wir haben so die Stunde, die wir sprechen wollten, ungefähr voll bekommen. Marcel, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Ausführungen, die ja immer unheimlich detailliert und fundiert sind. Im Buch noch detaillierter, muss ich sagen. Ich kann wirklich nur einen Abklatsch bringen von dem, was da... Also ihr seht, hier Marcel hat auch ein bisschen was an Seiten, hat er zusammengetragen. Wir sind so bei ungefähr 250 Seiten grob. Also da habt ihr, wenn euch das interessiert, wenn euch das heute gefesselt hat oder inspiriert hat zum Forschen. Wirklich ein tolles Buch, Büchlein, was ihr euch zu Weihnachten wünschen könnt, von euren Liebsten und dann vielleicht so in den Ferientagen rund um den Jahreswechsel lest. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Marcel, ich freue mich vor allem darauf, dass wir irgendwann in naher Zukunft wieder zusammenkommen werden, denn es gibt noch so viele spannende Themen, die du erforscht oder die wir mal zusammen diskutieren. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, ciao und bis bald.